Konrad Adam ist ein deutscher Journalist, Publizist und Politiker. Er war von 1979 bis 2000 Feito-Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dann bis 2007 Chefkorrespondent und Kolumnist der Welt in Berlin. Von April 2013 bis Juli 2015 war er einer von drei Bundessprechern der Alternative für Deutschland. Leben Konrad Adam wurde 1942 als Sohn des promovierten Juristen und höheren Bahnbeamten Friedrich Adam und seiner Frau in Wuppertal geboren. Sein Vater war während des Krieges Oberreichsbahnrat in Krakau und gehörte zu den spät hinzugekommenen Mitgliedern des George-Kreises. Er wurde nach dem Krieg zusammen mit dem Lyriker Robert Böhringer zum wichtigen Kontaktpfleger im Zentrum der zerstreuten Gruppe. Auf Wunsch seines Vaters besuchte Konrad Adam zunächst die Privatseminare des Philosophen Kurt Hildebrandt, ebenfalls George Schüler, die er aber bald aufgrund der kompromittierten Gesellschaft miet. Er studierte nach dem Abitur in den 1960er Jahren klassische Philologie, Geschichte und Rechtswissenschaft an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Nach dem Staatsexamen wurde er 1971 an der Philosophischen Fakultät in Kiel mit der Dissertation Dozer, Delictare, Movere, zur poetischen und rhetorischen Theorie über Aufgaben und Wirkung der Literatur zum Dr. Phil. Promoviert Konrad Adam ist verheiratet und hat drei Kinder. Anstatt den Lehrerberuf zu ergreifen, wurde Adam nach dem Studium Redakteur bei der Deutschen Presseagentur in Kiel und Hamburg. Danach war er von 1979 bis 2000 Mitglied der Feuilleton-Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Anschließend ging Adam für knapp sieben Jahre als politischer Chefkorrespondent der Tageszeitung Die Welt nach Berlin. Bekannt war vor allem seine wöchentliche Kolumne im sogenannten Forum des politischen Teils der Zeitung. Ende März 2007 verabschiedete Adam sich in den Ruhestand. Seitdem schreibt er wieder vermehrt im Feuilleton seines früheren Arbeitgebers der FAZ. Im akademischen Jahr 1995-1996 war Adam Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Adam veröffentlichte sowohl in politischen Blättern als auch in Wissenschafts- und Kulturzeitschriften wie Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken und neuer Rundschau. Politisches Wirken Adam war zunächst Mitglied der CDU und gehörte dort dem konservativen Berliner Kreis an. Er war Gründungsmitglied der Eurokritischen Wahlalternative 2013 und wurde 2013 einer der drei Gründungssprecher der daraus hervorgegangenen Partei. Alternative für Deutschland Im März 2015 wurde er zum Vorstandsvorsitzenden der neu gegründeten Partei Nandisitrios Erasmus Stiftung gewählt. Im Juli 2015 schied er aus der Sprecherposition der AfD aus. Er bewarb sich um einen Beiratsposten, erhielt jedoch nur 25,4 Prozent der Stimmen. Im Dezember 2015 wurde Adam wegen öffentlicher Warnung vor einem weiteren Rechtsruck seiner Partei vom AfD-Kreisverband Hochtaunus mit einer Abmahnung bestraft. Bei wiederholter öffentlicher Kritik drohten weitere Ordnungsmaßnahmen. Die Politikwissenschaftler Gudrun Henkes und David Betonowski verorten ihn im national-konservativen Parteiflügel. Positionen In dem Essay Das machtlose Parlament kommt Adam 2001 zu dem Schluss, dass Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien zunehmend die Macht der parlamentarischen und richterlichen Gewalt infrage stellten. Und nennt die Entscheidungsfindung zu Transrapid und Hochschulfinanzierung als Beispiele. Der Essay wurde mehrfach aufgegriffen, etwa von Norbert Lammert. Seine zahlreichen Bücher beschäftigen sich vorwiegend mit der deutschen Innenpolitik, besonders der Bildungspolitik. Mit die Republik dankt Abhabe der konservative und scharfsinnige Analytiker Adam, so der Journalist Rolf Lembrecht, ein intellektuell anspruchsvolles, europakritisches, bisweilen liberales, Werk verfasst, das sich in das herkömmliche Links-Rechts-Schema nicht einordnen lasse. In dem Buch »Die deutsche Bildungsmisere« setzt er sich mit den Ergebnissen der PISA-Studie auseinander und fordert eine Rückbesinnung auf das klassische Bildungsideal, was in den Fötus über regionaler Tageszeitungen aufgegriffen wurde und ein geteiltes Echo fand. Der Literaturrezensent der Süddeutschen Zeitung Johann Schlömann warf ihm 2006 vor, mit seinem Werk »Die alten Griechen« Werner Jägers dritten Humanismus wiederbeleben zu wollen. Adam macht den Sozialstaat mitverantwortlich für die sinkende Geburtenentwicklung und den Anstieg der Zahl von Sozialhilfeempfängern in Deutschland. In einer Weltkolumne kommentierte Adam 2006 einen von André Lichtschlag aufgegriffenen Vorschlag Friedrich August von Hayek's denjenigen Gruppen, welche ihr Einkommen mehrheitlich vom Staat beziehen, das Wahlrecht zu entziehen. Man könne, so Adam, angesichts der Schwierigkeiten der deutschen Politik, sich aus der Fixierung auf unproduktive Haushaltstitel wie Rente, Pflege, Schuldendienst und Arbeitslosigkeit zu befreien, mit einigem Recht bezweifeln, ob die Einführung des allgemeinen Wahlrechts ein Fortschritt gewesen sei. Einzelne Medien thematisierten Adams Gedanken in der Folge mit Blick auf das Mitgliederprofil der AfD. Mit Bezug auf den aus dem Iran stammenden Einzeltäter der Geiselnahme von Sydney kritisierte Adam deutsche Politiker, die, so Adam, glaubten, PGD-Demonstranten mit Hinweis auf den niedrigen Migrantenanteil in Sachsen lächerlich machen zu können. Sie hätten nicht begriffen, um was es gehe. Das Beispiel von Sydney zeige, dass es keiner Masseneinwanderung bedürfe, um Menschen in Gefahr zu bringen. Ein einzelner Genüge Laut dem Zeit-Journalisten Christian Bangel waren die Rufe der PGD-Demonstranten und AfD-Anhänger schon vor zehn Jahren in Kommentaren von Adam. Zu lesen Vor den Anschlägen des 11. September 2001 habe sich Adam mit distanzierter Skepsis zum Islam geäußert. Seither sei seine Sprache schärfer geworden. So fände sich unter den Muslimen ein aggressives Sonderbewusstsein. Für diese Entwicklung mache Adam vor allem die Integrationspolitik der Multikulturalisten verantwortlich. Er schimpfe mit großer Wut auf ein Milieu, das durch politisch korrektes Denken und Sprechen eigene Vorstellungen durchsetze und ein Klima schaffe, in dem der Extremismus beider Seiten gut gedeiehe. Auszeichnungen 1998 Friedrich Merker Preis für Essayisten der Münchner Stiftung zur Förderung des Schrifttums 2009 Deutscher Sprachpreis der Henning Kaufmann Stiftung zur Pflege der Reinheit der deutschen Sprache Veröffentlichungen Monografien Dozer Delektare Movere Zur poetischen und rhetorischen Theorie über Aufgaben und Wirkung der Literatur Dissertation Universität Kiel 1971 Für Kinder haften die Eltern Die Familie als Opfer der Wohlstandsgesellschaft Quartriga Weinheim U.A.R. 1996 ISBN 3-88679-2757 Die Republik dankt ab Die Deutschen vor der europäischen Versuchung Alexanderfest Berlin 1998 ISBN 3-8286-00379 Staat machen Warum die neue Mitte keine ist und wir die alte Mitte brauchen Siedler Berlin 1999 ISBN 3-886-80679-0 Die Ohnmacht der Macht Wie man den Staat ausbeutet, betrügt und verspielt Siedler Berlin 2001 ISBN 3-886-545X Die Deutsche Bildungsmisere Pisa und die Folgen Propylen Berlin U.A.R. 2002 ISBN 3-549-071663 Die Alten Griechen Rowold Berlin 2006 ISBN 3-87134-553-9 Der kurze Traum vom ewigen Leben Eine Gesellschaft ohne Zukunft Manuskriptum Waltrop U.A.R. 2009 ISBN 978-3-937801-551 Kampf gegen die Natur Der gefährliche Irrweg der Wissenschaft Rowold Berlin 2012 ISBN 978-3-87134-7306 Herausgeberschaft Kreativität und Leistung Wege und Irrwege der Selbstverwirklichung Referate und Diskussionsbeiträge J.P. Bettschäm, Köln 1986 ISBN 3-7616-0831-4 Bildungslücken Neske, Stuttgart 1997 ISBN 3-7885-0521-4 Beiträge in Sammelbändenberge gibt es auch im Flachland oder Wozu Elitebildung In Heinz Bude, Stefan Schlesing Junge Eliten Selbstständigkeit als Beruf Kohlhammer, Stuttgart U.A.R. 1997 ISBN 3-17-01-5103-7-S 61 FF Kartelle sind verboten In Manfred Bissinger, Dietmar Kuhnt, Dieter Schwer Konsens oder Konflikt Wie Deutschland regiert werden soll Hoffmann und Kampe, Hamburg 1999 ISBN 3-455-10393-6-S 11 FF Einfalt oder kulturelle Vielfalt In Walter-Raymond Stiftung Politik und Wirtschaft im Zeichen der Globalisierung Dresden, 14. bis 16. März 1999 Wirtschaftsverlag Bettschäm, Köln 1999 ISBN 3-891724241-S 7 FF Begrenzte Mittel, unbegrenzte Wünsche Warum die Gesundheitsreform keine ist und wie sie eine werden könnte In Friedrich Merz Wachstumsmotor Gesundheit Die Zukunft unseres Gesundheitswesens Hansa, München 2008 ISBN 978-3446-414563-S 99 FF Gespräche Jens Reich im Gespräch mit Matthias Greffert und Konrad Adam Hansa, München U.A.R. 1994 ISBN 3-446-176810 Hörbücher Lust auf die alten Griechen Lesung für Jugendliche und Erwachsene Sprecher Bernd Hahn Viola Sauer Ralf Tenior 4CDS Eagle Genius Dortmund 2011 ISBN 978-389-353-3657